Ich will Hauptdarsteller werden, weil ich denke, dass ich es kann. Naja, ich kann ein bisschen schauspielern, mir Dinge ausdenken und im Gesicht einfach rot werden. Ich bin cool, ich bin geil, ich bin sexy, ich habe Style. Warum sollst du da auf der Stelle sein? Ich möchte auch mal etwas Neues ausprobieren. Und was weißt du, warum du dafür geeignet bist? Man weiß ja nie, ja? Das heißt? Ich glaube noch nicht, dass ich der geeignete Hauptdarsteller wäre, denn ich hatte noch nie die Chance, irgendwie zu sehen, wie weit ich eigentlich in der Schauspielkunst gehen könnte. Und darum würde ich sehr gerne mal versuchen, wie weit ich kommen würde und wie das eigentlich alles ablaufen könnte. Und darum würde ich gerne mal versuchen und ja, weil ich finde dafür, dass ich, Mann! da drinne bin, weil, also geeignet wäre, weil ich mich, ja, also wenn man, ja, ich kann mich eigentlich gut in Sachen, ja, reinversetzen, wo es auch einen eigenen, ja, Lebensstil, sage jetzt einfach mal, hat, also wo man, äh, wo der Schauspieler denn, also die Rolle, zum Beispiel, ne, keine Ahnung, äh, ne schlimme Sache erlebt hat, dass man sich auch in die Sache reinversetzen kann, die Schmerzen auch alles nachstellen kann, und ja, das war's. Interessiert mich halt, ich könnte es mal machen, mal ausprobieren. Zeit ruhig, wir drehen! damit meistens so gut. Also, schon wieder zu Hause. Danke, danke, danke. Sie schEDview unsere Leute und freundlich miteinander19mal. Zwei, habe ich gesehen. Ja, das ist sehr schön. Sie soll doch positive Antworten geben. Was soll ich denn sagen? Jetzt mal ehrlich. Aber nun, äh, den Fall. Okay, den Fall. Okay. Ich war gerade so jubig. Oh, Mann! Hi, Tobi. Ich hätte mal ein paar Fragen, wenn du mal zeigen kannst. Über die Schuhe. Über die Schuhe. Okay, okay, aber ganz vorne. Ja, das ist gesetzt. Und bitte. Ja, du musst jetzt klopfen. Okay, nochmal. Ja, das ist los. Das ist für unseren Ort wichtig, weil wir dadurch... Ich wollte mal ganz kurz klein machen. Tolle spannende Gegensätze hier bei uns. So wie ein Tübo geht. So wie ein Tübo geht. Ja, das ist auf jeden Fall schön krall abgeschritten. Jetzt. Die Kamera läuft ja. Ja, ich... Du musst eigentlich hier so hochreißen. Jetzt du das gerade zeichnen. Dann müssen wir sie abgeschalten. Was noch? Was noch? Wie ist er? Super! Ah, er darf doch gar rein. Es tut so weh. Das ist wie so eine Französik. Danke. Volumen, wenn du schwenkst, geil. So freuen wir mal los. Als wenn du einstichst. Jetzt? Richtig. Wie ein Schwung ist. Schlecher, schärfer, schärfer, langsam schärfer, wird schärfer, wird schärfer. Nichts daran nah ranhalten. Ja, genau. Beste Verwendung für ein Stativ. Okay, Maxim, weg. Dort kommen die Outtakes. Habt ihr auch alle davon die Hände gewaschen? Ja. Ja. Das ist gut, oder? Ja. 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 Geil. Und pass auf, dass deine Hand nicht da ist. Und greffe ich dich da an der Hand. Und läuft. Ist es soweit? Scheiße! Super! Ja, genau. Das ist glücklich. Haben wir eigentlich für die Kleine auch ein Stativ? Aber für die auch ein Stativ? Ich will den nicht immer halten. Ja, ne. Ja, ne. Und sie hat ihn... Ja. Ja, ne. Naja. Ja, ne. Na, na. Ja, na. Ja. 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 Nun wird es Bis zum nächsten Mal.